Eine der wichtigsten Übungen, die wir im Natural Horstmanship haben, ist das Zirkeln. Mit der Hand, die das Seil trägt, zeige ich in die Richtung. Ich mache mich groß. Wenn der Mauritz noch nicht weiß, was er machen soll, nehme ich mein Stöckchen, hebe es an. Wenn das nicht reicht, mache ich Energie in Richtung seiner Schulter. Und sobald er läuft, werde ich neutral. Und jedes Mal fange ich mit meiner netten Frage an. Aber mache vielleicht auch ein bisschen mehr Energie, dass er anfängt, mir das wirklich zu glauben. Ja, war schon mal gar nicht so schlecht, aber ein bisschen was bräuchte ich noch. Und wenn ihr das verfeinert, dann kann da was ganz Tolles bei rauskommen. Euer Pferd lernt immer mehr seine Verantwortung kennen. Und ihr solltet euch aber auch immer zum Ziel machen, das möglichst zu verfeinern. Das heißt, dass ich auch hier beim Antraben fast nichts mehr brauche. Dass ich mich auch sofort wieder hinstellen kann. Mein Pferd weiß, es ist seine Aufgabe, weiter zu traben. Das heißt, dass ich mich auch immer so gut bin. Ich bin ein paar Jahre alt. 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 Ich bin ein paar Jahre alt.